Und bitte vorbereiten für den nächsten Kampf. Alina Schreitreit, Langsburg Berlin und Anna Jeske, Langsburg Berlin. Auf der Matte 3 läuft der erste Kampf der Männer in der Wüste Klasse bis 81 Kilogramm. Zwischen Marius Grabert, Niedersachsen und Karl Eschenauer, Rheinland. Es halten sich bitte bereit Andreas Buscher, Laufmann, Espanik und Tom Gönitz, Berlin. Es bereitet sich bitte vor für den nächsten Kampf auf der Matte 2 der Wüste Klasse bis 61 Kilogramm. Alina Wehmeyer in Nordrhein-Westfalen, die Jennifer Lieber aus Hamburg. Ja, dranbleiben! Sehr gut! Wanderwpaid in Nordrhein-Westfalen, entwandeln! Er kommt! Wenn Sie die Arme nicht antreten, ist er gut. Ich muss sagen, dass Sie nicht müssen. Bestimmt bei den dicken Männern, wo sie wieder so reinknattern. Jetzt geht es wieder ans Schokoladekrieg. Es steht nun auf der Matte 3 über Andreas Buscher, auch eines Zahnen im Turmgörbels Berlin. Zeigt sich bitte bereit. Und Muren Lempke, Brandenburg und Andreas Busch.